So, guten Tag zusammen. Also willkommen zu einem sehr kurzen Infovideo. Und ich meine wirklich sehr kurz. Ich möchte einfach nur sagen, dass von montags bis freitags keine Videos kommen werden, weil ich da auf Klassenfahrt bin. Falls mich überhaupt jemand guckt. Naja, auf jeden Fall kommt in der Zeit nichts. Am Freitag bin ich wieder da. Da durfte wahrscheinlich wieder ein Video kommen. Wenn nicht dann spätestens noch samstags. Also neben diesem Infovideo wird heute noch ein Part kommen. Und ja, hier gibt es eigentlich nichts zu sagen. Tut mir leid, ihr müsst ein paar Tage ohne mich auskommen. Falls euch überhaupt jemand guckt, heißt das. Tut mir leid, ich kann es einfach nicht lassen. So, bis dann Leute. Tschüssi Krofski.